Hi, David Seffer hier. In diesem Video geht es um die eine einzige Frage, was ist der VIP Affiliate Club? Was steckt drin? Was bekommt man? Das ist im Grunde genommen doch die Frage, die sich wahrscheinlich auch stellen, oder die sich bestimmt viele stellen, denn bevor man sich für etwas entscheidet, möchte man gerne wissen, ja was ist es, was bekomme ich, welchen Nutzen habe ich überhaupt davon? Ich meine, das ist ja mit allen Dingen so, wenn man was kauft, man informiert sich immer gründlich, bevor man etwas kauft. Das ist ja nicht nur im Internet so, sondern das ist ja auch im täglichen Leben so. Gut, und ich habe mir jetzt einfach mal die Zeit genommen und gewähre Ihnen jetzt mal einen schnellen Einblick in den VIP Affiliate Club. Und Sie sehen, ich bin hier jetzt bereits eingeloggt als Mitglied und ja, Sie sehen, die Ausbildung läuft quasi zwölf Monate, also ein ganzes Jahr läuft die komplette Ausbildung und Sie sehen bereits hier, dass Sie für jeden Monat mehrere Lektionen bekommen. Okay, natürlich erhalten Sie erstmal eine sehr fundierte Einführung mit mehreren Videos, damit Sie genau wissen, wie Sie mit dem Club oder auch mit dieser Seite arbeiten sollen. Hier wird im Grunde genommen alles erklärt. Wer Ralf gut kennt, der weiß, dass Ralf wirklich ein sehr guter Lehrer ist und alle Dinge wirklich sehr akribisch erklärt und dass wirklich auch Anfänger die Dinge verstehen, aber es sind durchaus sehr viele Lektionen dabei, die auch für Fortgeschrittene sehr, sehr hilfreich sind. Also ich persönlich kenne die Lektionen zum größten Teil und ich kann Ihnen wirklich sagen, ich kann diese Dinge wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und es gibt zum Teil auch noch kleine Bonuslektionen, wie hier zum Beispiel im zweiten Monat gibt es eine Lektion zum Listbuilding. Sie wissen, das Geld steckt in der Liste und hier gibt es Tricks von Ralf, wie ihr eure Liste möglichst in kurzer Zeit mit wenig Aufwand aufbaut. Also ihr wisst, eine große Liste bedeutet immer, ihr könnt diese sehr gut fürs Marketing einsetzen. Und das Ganze beginnt, wie gesagt, im ersten Monat mit der Einführung. Sie sehen das erste Video, da geht es darum, wie Sie den VIP Affiliate Club bedienen, wie gesagt. Und hier bekommen Sie wirklich alles, was Sie wissen müssen, wie zum Beispiel, welche Partnerprogramme gibt es. Was ist überhaupt Affiliate Marketing? Ja, auch das ist für einige überhaupt noch nicht klar. Denn es gibt sehr viele Einsteiger, die wissen gar nicht genau, was ist eigentlich Affiliate Marketing. Die wissen zwar, man kann damit sehr gut Geld verdienen, aber was genau ist das? Also das ist wirklich jetzt wirklich für diejenigen, die noch recht neu in dieser Materie stecken. Aber ich finde es sehr, sehr wichtig, weil es gibt, wie gesagt, immer diejenigen, die wollen möglichst neue Tricks kennenlernen. Und es gibt auch andere, die starten wirklich mit dieser Ausbildung praktisch von Null. Und darum geht es ja auch. Es ist eine komplette Ausbildung, die sich wirklich Schritt für Schritt von Anfang nach, also vom Anfang zum Ende führt. Und der Ralf hat den ganzen Club mit einigen Beta-Testern bereits sehr, sehr akribisch getestet. Und ich weiß, ich kenne einige Beta-Tester und ich habe auch die Kommentare mir hier angeschaut. Es gibt hier nämlich eine Seite, wo man auch Feedback hinterlassen kann. Und ich habe gesehen, dass die Beta-Tester wirklich total begeistert sind und dass sogar einige bereits schon Provision verdient haben. Ja, also das nochmal für Sie. Und die Beta-Tester sind alles, in Anführungsstrichen, Neueinsteiger, blütige Anfänger und halt eben, sage ich jetzt mal, ja, also klar, vielleicht sind auch nicht alle Neueinsteiger dabei. Aber es sind viele, die eben halt mit Affiliate-Marken noch nicht so viele Provisionen verdient haben. Und die sind alle begeistert und ich weiß, der Ralf, der optimiert auch die Dinge. Also wenn irgendwo was hakt, dann setzt er sich hin und optimiert das Ganze. Also Sie bekommen hier wirklich, wirklich sehr, sehr fundiert, eine sehr, sehr fundierte Ausbildung mit mehreren Videos. Ich gehe jetzt mal hier in den zweiten Monat, Lektion 1. Sie bekommen hier wirklich sehr, sehr viele Videos an die Hand. Also es ist jetzt nicht so, dass Sie jetzt hier nur immer ein Video pro Lektion bekommen. Nein, nein, nein. Also es ist hier zum Beispiel, hier geht es um RSS-Verzeichnis, den Social Out-Pilot. Hier geht es also wirklich ganz genau um das Thema Traffic, denn ohne Traffic bringt Ihnen auch das beste Affiliate-Produkt ja nichts. Also Sie müssen wirklich wissen, wie bekommen Sie Besucher auf Ihre Blogs. Hier geht es auch schon genau um den WordPress-Blog, wie Sie den einrichten. Natürlich können Sie auch Dinge, die Sie vielleicht noch nicht wissen, überspringen. Aber ich denke mal, das Thema zum Beispiel Amplify werden sehr, sehr wenige nur kennen, auch von den fortgeschrittenen Usern. Also für mich definitiv war hier auch schon in der Lektion, wir sind jetzt hier Lektion 1, zweite Monat, waren für mich auch auf jeden Fall neue Dinge dabei, die ich selber noch nicht bei meinen Blogs anwende. Also die Themen sind hier wirklich nicht abgedroschen und alt, sondern up to date. Also hier geht es auch darum, wie man Blogger einrichtet und weitere Plattformen, um halt einfach möglichst viel Traffic auf die Seiten zu leiten. Und das ist jetzt nur die Lektion 1 im Monat 2. Okay, also Sie merken hier, bekommen Sie wirklich viel Material an die Hand. Ja, und Sie bekommen halt hier wirklich was, wirklich auch sinnvolle Lektionen wie Datensicherung. Wer denkt denn da schon dran? Ich meine, wie viele von uns vergessen einfach, die Datensicherung auch zu machen? Und das ist wirklich super wichtig. Also ich kann es nur aus eigener Erfahrung da sprechen. Wir sind bereits einige Blogs schon verbrannt durch, ja, entweder wurden sie gehackt. Oder es gab auch andere Dinge, wo man halt einfach vielleicht hier mal was falsch gespeichert hat und dann waren die Daten weg. Also auch so eine Dinge sind wichtig, wie Datensicherung. Ja, man glaubt es nicht, aber auch das wird hier im VIP Affiliate Club weiterhin behandelt. Natürlich nicht Kernthema, aber es sind auch so Dinge dabei. Also der Ralf, der denkt wirklich dann auch ein bisschen über den Tellerrand. Hier zum Beispiel, was ist Posterus? Ich persönlich kenne Posterus nicht, ja. Also für mich sind die Dinge auch sehr neu. Und ich mache Affiliate Mark schon seit 2003. Und also kann ich Ihnen das wirklich auch das hier, eine Neuheit, PRR-Videos. Das sind alles Dinge, Sie merken, das ist, dieser Club bietet Ihnen hier wirklich eine Fülle an Informationen. Und Sie werden hier eine Menge, Menge lernen. Ich gehe mal, ja, Monat 3, hier gibt es übrigens eine Bonuslektion von mir. Ich will Ihnen jetzt aber nicht zeigen, ich will Ihnen nicht zu viel verraten, was es da geht. Aber ich kann Ihnen nur eins sagen, es sind drei Videos, die ich extra für den VIP Affiliate Club erstellt habe. Auch die sind in Anführungsstrichen sehr, sehr wertvoll für den Traffic Aufbau. Zu viel nur mal am Rande. Ich gehe jetzt mal hier in Lektion 2, Monat 3. Okay, hier wurde der noch nicht freigeschaltet. Gut, dann zeige ich mal Lektion 4 von Monat 2. Also ich habe hier auch nur den beschränkten Zugriff, da die Monate alle, also die Lektionen alle Monat für Monat freigeschaltet werden. Das ist einfach wichtig, damit Sie auch wirklich von Grund auf, weil die Basis, die müssen Sie im Affiliate Marketing einfach verstehen. Das muss Ihr 1x1 sein. Die Grundlagen müssen Sie parat haben, weil dann hilft alles nichts, wenn Sie nicht die Grundlagen. Die müssen wissen, wie Sie einen WordPress-Blog richtig aufbauen. Sie müssen die Grundlagen kennen, wie man synchronisiert, wie man die Plattform miteinander vernetzt. All dies hilft Ihnen letztendlich auch, Unmengen an Zeit zu sparen und effektiv zu arbeiten, weil wenn Sie an einer Stelle ankommen, wo Sie wirklich Geld verdienen, ist es wichtig, dass Ihr System effektiv funktioniert und möglichst zeiteffektiv funktioniert. Denn der Faktor Zeit, ich kann es immer nur oft genug betonen, der setzt Ihnen letztendlich nachher die Grenzen. Also sollten Sie schon da wirklich anfangen, optimale Systeme zu nutzen. Und das System von Ralf funktioniert, nicht nur bei ihm, sondern auch bei den Beta-Testern. Also nutzen Sie lieber bestehende Systeme, als rumzufriemeln und viel Zeit zu verlieren, kann ich Ihnen nur den Tipp geben, nutzen Sie bestehende Systeme. Okay, gut, also Sie sehen, die anderen Monate kann ich Ihnen jetzt hier nicht zeigen, aber ich kann Ihnen versprechen, Sie werden wirklich eine Menge, Menge lernen und total begeistert sein. Also, so viel kenne ich, ich kenne ihn, Ralf, und ich weiß, er gibt sich hier wirklich viel Mühe, um Ihnen wirklich auch einen Mehrwert zu geben. Okay, und ja, deswegen wollte ich Ihnen hier, Sie sehen hier zum Beispiel die letzten Kommentare, Sie sehen rege Feedbacks, die man bekommt. Ich kann ja mal einfach mal gucken, kann man hier, Status, Beta-Tester, gucke gerade mal, kann man sich die Feedback-Seite hier mal anschauen. Feedback zu Lektionen, ich klicke mal da drauf, Feedback zu Lektionen, genau. So, und jetzt schauen Sie mal, was hier an Feedbacks schon drin sind. Und Sie sehen auch, der Ralf geht auch auf die einzelnen Fragen der Beta-Tester ein und optimiert die Dinge. Und, also Sie werden hier nicht allein gelassen. Und ich weiß nicht, wie viele Kommentare hier schon sind, aber es sind, ich gehe mal ganz nach oben, es sind Unmengen an Kommentare hier schon. Ich gehe mal ganz nach oben, schau mal, gibt es hier eine Zahl 120 Antworten auf Feedback zu den Lektionen. Okay, also Sie sehen, das ist hier nichts einmal so auf die Schnelle gemacht oder so, sondern das Ganze ist wirklich auch auf den Feedback der einzelnen Beta-Tester auch weiterhin optimiert worden. Ja, also von mir wirklich ungeschränkte Empfehlung. Wer sich bei mir anmeldet, also wer Lust hat, kann sich bei mir unverbindlich anmelden und bekommt von mir zusätzlich zu diesem Affiliate-Wip-Affiliate-Club noch einen Mega-Bonus von mir dazu. Und zwar, dann können Sie eben einfach noch mehr lernen und bekommen von mir noch den kompletten multimedialen Videokurs, Online-Videokurs Launch for Affiliate mit dazu. Da geht es auch speziell um Affiliate-Marketing und da geht es also speziell auch darum, wie Sie erfolgreich an Produkteinführungen als Affiliate teilnehmen und was wichtig dabei ist, worauf Sie achten sollten. Und ich zeige auch da in diesem Videokurs an einem echten Live-Beispiel, wie ich an einem Launch echt Provision verdiene, also mit richtig messbaren Ergebnissen. Und das zeige ich Ihnen von Anfang bis Ende. Also wo ich die ersten Videos gemacht habe für Launch for Affiliate, habe ich noch keine Provision verdient. Also Sie sehen auch, dieses System Launch for Affiliate funktioniert und das bekommen Sie von mir noch als Bonus oben drauf und ich lasse mir bestimmt noch die eine oder andere Überraschung einfallen. Also wenn Ihnen dieses Video gefallen hat und der Einblick in die ersten Lektionen, dann würde ich mich natürlich super sehr gerne freuen, wenn Sie sich bei mir anmelden würden und wenn Sie über meine Empfehlung dann auch Mitglieder werden beim VIP Affiliate Club. Wie gesagt, Sie erhalten von mir noch ein Dankeschön oben drauf und wie gesagt, ich würde mich sehr freuen, wenn Ihnen das Video gefallen hat, dass Sie dann eben einfach sich anmelden. Okay, alles Gute, ich wünsche Ihnen natürlich viel Erfolg, Sie bekommen weiterhin von mir sicherlich dann die Tage noch Informationen zu dem VIP Affiliate Club. Bis dann, alles Gute, Ihr David Zephan.